Hallo Leute, willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Ich hoffe dir geht es gut. Und heute gibt es wieder einen Vorgestest. Ich habe so ein paar Tests vorbereitet. Bist du bereit? Okay. Bevor es mit jetzt los geht, würde ich dir ein paar Fragen stellen. Sehr gut. Dann, wie ist einmal dein Name? Sehr schön. Dein Alter? Wie geht es dir heute? Okay. Fühlst du dich heute sehr gestresst? Danke. Fühlst du dich bereit für den Test? Sehr gut. Perfekt. Zu den Tests. Zuerst werden wir ja mehr so visuellere Tests machen, bevor wir dann am Ende Hörtests machen. Und bevor wir den Hörtest starten, möchte ich, dass du auf diese Zahlen achtest, bei den ganzen Tests, die gleich folgen werden. Du wirst gleich drei solcher Zahlen sehen. Immer mal wieder versteckt in den Tests. Und ich möchte, dass du mir diese Zahlen am Ende sagst. Also, dass du dir die merkst. Okay. Sehr gut. Diese Zahl zählt noch nicht mit rein. Perfekt. Alright. Kommen wir zum ersten Test. Bei dem ersten Test geht es darum, dass du genau das Gegenteil tust von dem, was ich dir sage. Also zum Beispiel ich sage, schau nach oben. Dann schaust du nach unten. Perfekt. Dann schließ einmal deine Augen. Konzentrier dich auf meine Hand. Konzentrier dich auf meine Hand. Sehr, sehr gut. Konzentrier dich auf meine Hand. Schau nach oben. Okay. Schau nach unten. Perfekt. Schau nach links. Dann schau bitte jetzt nach rechts. Schau in die Mitte. Konzentrier dich nicht auf meine Hand. Okay. Konzentrier dich nicht auf meine Hand. Schau nach oben. Okay. Schau nicht in die Mitte. Schau nicht in die Mitte. Sehr, sehr gut. Perfekt. War es für dich gerade schwer, darauf zu achten, genau das Gegenteil zu tun. Okay. Alles klar. Dann werde ich dir jetzt ein paar Wörter sagen und ich möchte, dass du mir immer genau das Gegenteil dazu sagst. Also was ist das Gegenteil von bla bla bla. Und dann sagst du mir das. Okay. Also. Was ist das Gegenteil von kalt? Warm. Genau. Was ist das Gegenteil von laut? Ja. Von Sommer. Sehr gut. Frühling. Offen. Dunkel. Leer. Genau. Okay. Und das letzte Wort. Neu. Halt. Das war sehr leicht für dich. Perfekt. So. Dann möchte ich jetzt einmal testen, wie gut du Sachen dir merken kannst. Das heißt, ich werde dir gleich verschiedene Objekte zeigen. Also zuerst dieses eine Objekt und dann das nächste Objekt. Und ich möchte, dass du mir danach sagst, in der richtigen Reihenfolge, welche Objekte du gesehen hast. Bist du bereit? Okay. Fangen wir mit der ersten Runde an. Okay. Mein Magen macht Geräusche. Das erste Objekt. Okay. Das zweite Objekt. Sehr gut. Sehr gut. Und das letzte Objekt. Einmal. Und das letzte Objekt. Und das letzte Objekt. Einmal. Einmal. Perfekt. Welche drei Objekte hast du gesehen? Sehr, sehr gut. Das war jetzt auch ein bisschen leichter. Jetzt machen wir das gleiche, nur mit mehr Objekten. Bist du bereit? Gut. Fangen wir mit der nächsten Runde an. Das erste Objekt. Das erste Objekt. Und... Vielen Dank. Vielen Dank. Das dritte Objekt. Ich hoffe, das hört sich gut an. Ich habe längstens zu laut, sonst werde ich das gleich rauschen. Das dritte Objekt. Okay, das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Okay. Okay. Das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das Termin gefällt mir da nicht so gut. Das dritte Objekt. Das war das erste Objekt. Das zweite Objekt. Das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Das dritte Objekt. Das dritte. Das dritte. Das dritte. Das dritte Objekt. 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 So. Dann kannst du mir mal sagen, was das erste Objekt war. Das dritte Objekt. Und das dritte Objekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei dem nächsten Test geht es weiter um dein Erinnerungsvermögen. Da habe ich hier einmal ein paar Bilder, genauer gesagt drei Bilder, und zu diesen Bildern werde ich dir Fragen stellen. Also ich werde dir mein Bild zeigen und du schaust es dir ganz genau an. Dann nehme ich das Bild weg und dann stelle ich dir Fragen dazu. Bereit? Das erste Bild. Schau dir einmal dieses Bild, schau dir einmal dieses Bild ganz genau an. Was siehst du? Bring es dir ein. Bist du bereit? Okay, dann ist meine erste Frage. Wie viele Schmetterlinge hast du auf dem Bild gesehen? Wie viele Punkte hatte der große Schmetterling? Und in welcher Farbe waren die Schmetterlinge gezeichnet? Sehr, sehr gut. Bereit für das nächste Bild? Okay. Müsst du kurz einmal umblättern? Genau. Das nächste Bild ist ein bisschen schwieriger. Ich zeige es dir. Okay. Sehr, sehr gut. So. So. Wie kannst du das sehen? So. Schau dir genau dieses Bild an. Was siehst du? Wie viel siehst du? Und so weiter. Lass dir Zeit. 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 Bist du bereit oder die Fragen? Lass dir Zeit? Erstmal. Wie viele Personen hast du gesehen? Sehr gut. Welche Farben hast du gesehen? Also sprich, was für Farben haben diese Personen getragen? Und was haben Sie getragen? Gab es einen Hintergrund oder gab es nur diese Person? Sehr gut. Das war der schwerste Test von diesen Bildern. Kommen wir nun zum letzten Bild. Präg dir einmal dieses Bild ein. Was siehst du? Okay, dann kommen jetzt die Fragen. Was hast du erst mal auf dem Bild gesehen? Beschreib es mir immer bitte. Die Palme, waren die Blätter in unterschiedlichen Farben? Oder war das ein Grünton? Zwei verschiedene, genau. Wie viele Palme hast du gesehen? Okay, sehr gut. So. Dann sind wir jetzt fertig mit dem visualen Test. Und jetzt gehen wir weiter zu dem Hörtest. Ich werde dir gleich Kopfhörer aufsetzen. Und zu den... Dann werde ich dir Fragen stellen. Und zu den Fragen werde ich dir dann passende Sounds abspielen. Okay. Einmal die Kopfhörer. Ich habe die eben gerade desinfiziert. Also alles sauber. So. Okay. Jetzt sitzt das gut. Dann kommen wir zu dem ersten Hörtest. Von welcher Seite hörst du meine Stimme? Ab jetzt. Coconut. 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 So. Gut. Das nochmal. Von welcher Seite hörst du meine Stimme? Ab jetzt. You are amazing. Perfect. Incredible. Nice. 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 Okay, was hörst du? Tapping oder scratching? Und was hörst du jetzt? Tapping oder scratching? Okay, hörst du Knistern oder Wassergeräusche? Okay, dann werde ich dir gleich zwei verschiedene Geräusche abspielen und ich möchte einfach, dass du mir sagst, welches Geräusch du schöner findest. Genau, ich möchte einfach testen, ob es dir leicht fällt, dich zu entscheiden oder nicht. Gut, dann fangen wir mit der ersten Runde an. Sound eins. Sound zwei. Welchen Sound fandest du schöner? Verstehe ich. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay, zweite Runde. Welchen Sound findest du schöner? Den ersten Sound. Oder den zweiten Sound. Okay. Letzte Runde. Findest du diesen Sound besser? Ja. Oder diesen Sound. Okay. Sehr gute Wahl. So. Das war's auch schon bei dem Video. Ich hoffe, der Vogelgestest hat euch gefallen. Du hast es sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Tag. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye. Gute Nacht. Ja. Wie funktioniert das auf